So, ich komme heute als ganz normaler Zuhörer und Bürger und da erlaube ich mir mal ein bisschen aus der Rolle zu fallen. Das würde ich sonst nicht machen. Aber ich denke, das ist total wichtig, dass wir denen, die eine Menge von Gefühlen zusammentragen, die gegen Europa gerichtet sind und sich gar nicht genug tun können, alles ins Schwarze und Dunkle und Schreckliche zu zerren, dass wir denen Gefühle der Zuversicht und der Freude entgegensetzen. Und das ist so toll, dass die Aktivisten von Pulse of Europe und dass unsere Musiker da zusammenstehen. Wir haben auch Gefühle für Europa, nicht nur Argumente. Und wir brauchen beides. Und das kommt hier zusammen. Und ich finde es wunderbar und sage Ihnen und all denen mal danke für Ihr Zusammenwirken und danke für diesen wunderschönen Abend. Vielen Dank.